Hey Leute, willkommen zum siebten Part in Minecraft und ja, also ich mache heute noch Bad Wars mit Doggy for Bass 2, 3, 4, also meine Welt und seine Welt, ja, also machen wir und ja, also ich weiß nicht was, also hoffentlich wisst ihr was ja Bad Wars ist, ich weiß es ja nicht und ja, also solltet ihr es nicht wissen, ist nicht so schlimm, ich zeige es euch dann und ja, und ja, vielleicht mache ich heute sogar noch ein bisschen Lego Marvel, also mache ich vielleicht auch und also nur zur Info, dass ich vielleicht auch Lego Marvel machen werde und ja, vielleicht dann noch ein Spiel, vielleicht dann noch ein Spiel, ich weiß es aber noch nicht und wenn ja, dann ja, dann mache ich es halt Und da draußen, da unten, ich lasse einfach das Fynnchen da liegen, so passo ist vor dem und...! Jaaaa... Und an irgend so einer, der mir immer Kommentare schreibt, ich würde es auch gerne annehmen und ja, also solltest du das Video auch angucken, dann sage ich es mal an der. Aber eine Frage habe ich an denjenigen, der mir das gesagt hat. Also, wieso willst du mir Geld geben? Das hat doch eigentlich keinen Sinn, aber naja. Und eine Frage hätte ich, von wo würdest du kommen? Also, nur so eine Frage, du kannst dann schreiben, nein, ich sage es dir nicht oder keine Ahnung, dann ist es okay. Das verstehe ich und ja. Also, an denjenigen, der was mir immer Kommentare schreibt. Also, ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig, aber bei meinem Let's Play Minecraft Part 1 hat er was geschrieben. Und auch bei den Anfangsvideos. Und ja, also, das kannst du dann sagen. Und ja, also, ich danke denjenigen, der was mir beschreibt und so. Finde ich gut. Und ja, also, ich finde es wirklich gut. Und ja, wenn ich könnte, würde ich dich gerne mal, ähm, mal so halt, wie heißt das jetzt? Also, also, okay, ich kann jetzt nicht verbrauchen. Dann würden wir uns dann mal sehen. Also, du kannst mir sagen, in welcher Stadt du wohnst. Und ja, dann könnte ich vielleicht, vielleicht treffen wir uns ja mal oder so. Ich weiß es nicht. Und ja, also, ja, und schreib wieder was in meine Kommentare, also Videos, die Kommentare. Also, das wäre sehr nett und ja, also, ich würde es nicht finden, wenn es du mir wieder was gibst und ja, da ist doch nichts mehr. Komm, wo kommen die alle? Also, wir kriegen hier sehr gut Monster, wie ihr sehen könnt. Das finde ich auch gut. Und ja, also, und das wäre sehr nett. Und ja, also, ich gucke mir, wenn dann nochmal das erste Part oder so an. Und wenn dann, schreib mir wieder und sag, wo diese eine Hülle mit dem Eisen war. Also, die Riesenhülle beim ersten Part. Das wäre auch sehr nett von dir. Oder, ja, halt von dir und ja. Also, alle anderen, ihr könnt auch was schreiben, weil es gibt einen Speziellen und der schreibt eigentlich fast bei jedes Video was. Und ja, ich finde es gut und ja, also, da kann ich nicht rummeckern. Also, ich freue mich ja eigentlich und ja. Okay. Und ja. Na, komm schon. Okay, ihr müsst mir dann ein bisschen helfen. Also, ich weiß nicht, was ich alles noch bauen soll oder keine Ahnung. Also, ihr sollt mir ein bisschen helfen, was ich alles bauen könnte und ja. Und das wäre eigentlich auch schon so ein bisschen und ja. So, dieser, diese Erde ist unnötig und ja, Mist. Aber heute tue ich nur ein paar Kühe, um zu töten, aber sonst eigentlich gar nichts mehr. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich alles bauen könnte. Und dann geht es noch mal zur Zagga und ja. So, jetzt ist es jetzt auch Nacht und ich freue mich auf die Nacht. Bis er endlich mal flieht, dann bin ich längst mit dem da, mit dem Schwert. Okay, dann war irgendwo wieder ein Slime. Das war eine Kuh, die war doch schon tot. Wie kann sie dann noch Mut sagen? Ich begebe mich jetzt langsam in meine Wohnung, ganz langsam. Bis diese Monster auftauchen. Fies im Wasser, alter, fies! Fies, fies, fies im Wasser. Aber, na gut. Ah, schon. Wegeschlagen. Du musst du weiter Gnade machen. Was brauchst du? Und dort brauchst du, oder? Was brauchst du mal? Weg von meinem Wohnungseingang. Kommst du? Kommst du? Kommst du, kommst du? Was? Ich kriege das noch in meiner Nähe zum Haus. War's? Und ja, damit würde ich auch sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal! Ciao!